Zwei alte Männer auf dem Weg nach Bern. Explore Switzerland for you. Exactly. Hier auf der Seite ist Roland Jakob. Hallo. Er kognosziert heute für eine Schweizer Reise mit der Firma Sius Switzerland. Die Reise findet dann im Juni statt, mit einer Familie, wo wir dann x Tage lang kreuz und quer durch die Schweiz fahren. Heute geht es jetzt Richtung Bern. Wir besichtigen Bern und dann noch ins Berner Oberland. Wir suchen dort noch ein paar Orte. Und berichten dann auch so unterwegs von diesen Sachen. Jetzt sind wir gerade eingebogen. Genau, das ist jetzt die Einfahrt bei Geroldswil. Schon mächtig Verkehr hier Richtung Baden. Samstag am Morgen. Hast du jetzt den Ton drin, oder? Ja, ja. Das macht auch Sinn im Helm. Vor allem kannst du telefonieren. Ja, ja. Zeigen. Ja, das ist das. Du hast es eh... ...behandelig. Ja. Da gerne einer alles mit der. Die heißen einen Kac-Bee. Oh. Kac-Bee. Sehr richtig. Halt auch. �be. Wir sind hier. Ich fülle es nicht. Ich fülle es nicht. Ich fülle es nicht. In Englisch heisst das Camp Cars. Warum sind sie selber nicht? Ich verstehe es nicht. Aber wenn sie ein Zahnrad fahren... Man dauert auf die Kühe und schützt. Ein Ingenie bekommt eine Flüssige Kaffei. kann man es nicht ohne Zahnrad zu essen. Ich habe die Flüssige Kaffei. Ich kann ihnen auch nicht. Ich mache die Flüssige Kaffei. Ich mache die Flüssige Kaffei. Die Flüssige Kaffei sind befriert. Ich mache die Flüssige Kaffei. Ich mache die Flüssige Kaffei. Dann klebe ich los. Ate die Flüssige Kaffei an. Ich mache die Flüssige Kaffei. Musik 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 Freak, es geht nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020